Also der Tag danach, wir sehen ja, der Tag danach sieht natürlich ganz, ganz schlimm aus. Das Problem ist, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben gestern Abend eine Party gemacht. Wir haben gedacht, die Party ist um 10 Uhr zu Ende. Sie war nicht um 10 Uhr zu Ende, sie war heute Morgen irgendwann zu Ende. Jetzt haben wir natürlich ein riesengroßes Problem, da wir um 12 Uhr spätestens, oder um 1 Uhr spätestens, die nächste Party haben. Das heißt, wir haben jetzt genau zwei Stunden Zeit, das alles hier in Vordermann zu bringen, Essen zu präparieren. Der Chef ist nicht da. Ja, ich weiß nicht. Heute sehe ich schwarz. Ja, na mach. Go, 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 go. Ihr seid aber auch schnell unterwegs, ne? Ehrlich. Also wenn ich als Kind so unterwegs gewesen wäre, dann ständig nicht hier in Wallberg. Das hätte ich heute immer noch in Köln-Ehrenfach. Was ist denn Ski fahrt? Bis zum nächsten Mal. Ja, also gestern, die war spektakulär, die Warm-Up-Party hier in Walberg, das Ski-Opening. Die Leute reden heute den ganzen Tag davon und gestern war die Stimmung perfekt. Die Leute waren gut drauf. Ich hatte am Anfang noch die Befürchtung, dass es ein bisschen kalt sein könnte, was der Fred da geschustert hat. Aber es war richtig warm. Teilweise mussten wir sogar die Heizstrahle ausmachen. Alle waren glücklich. Essen war Weltklasse. Dennis hat das phänomenal gemacht. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Brunch. Die Leute vom Skifahren kommen, die können hier einen Einkehrschwung machen. Ich bin hier auf der Piste, können was essen, schön Glühwein trinken. Alle wieder happy. Hallo liebe Followers, wenn euch unser Video gut gefallen hat und ihr möchtet mehr von den Geissens, von der ganz verrückten Familie sehen, dann abonniert uns doch hier. Und dann könnt ihr dort schon unser neuestes Video sehen. Da kommt mein Mann, oh Gott, oh Gott, er kann... Ja, und was wird das hier? Ach Robert... Erkläret mir! Also das ist bei YouTube, wenn unsere Followers gerne mehr von uns sehen würden, dann können sie uns... Nicht würden? Möchten. Wollen. Gewollt haben würden. Okay. Ach Robert, bring mich doch nicht auseinander. Dann können sie uns hier abonnieren und hier direkt unser nächstes Video sehen. Ich bring dich auch nicht auseinander. Doch, du bringst mich nicht auseinander, du bringst mich durcheinander. Aus dem Konzept, also wenn ihr mehr sehen wollt von unserem Blödsinn, was sagt Carmen? Dann könnt ihr hier auf jeden Fall abonnieren und dort schon unser Video sehen. Da geht es los.